hallo liebe leute und zwar wir sind hier hinten in dem gebiet von korvoss ganze hinten wo es event immer gibt mit diesen ganzen ziegenmenschen und wir haben hier gerade bei dem trash den wir gelegt haben das pferd ross bregantine bekommen also die pferde rüstung kosmetisch natürlich und vielleicht ist es ja fahrbar einfach mal in dem gebiet umlaufen selber mal bis sachen abfahren und dann könnt ihr mir bescheid sagen ob ihr das da auch getoppt habt ich bedanke mich im nächsten video